Heidi und Tom kuscheln sogar im Softice-Laden Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, Heidi Klum und Tom Kaulitz sind es über beiden Ohren verliebt. Seitdem tourten das Supermodel an der Tokio-Hotelstar nicht nur auf Sozial-Media-Schnappschüssen, sondern auch in der Öffentlichkeit. Erst am Dienstag waren die beiden knutschend in New York gesichtet worden. Jetzt tauchten neue Bilder von diesem Ausflug auf, die beweisen, Heidi und können einfach nicht genug voneinander bekommen. Paparazzi hatten die Model-Mama und den Musiker abgelichtet, als sie händchenhaltend an einer Bushaltestelle standen. Dort sollen sie auf Tochter, 8, gewartet haben, die nach einem Tag im Ferienlager zurück in die Metropol kommen sollte. Die Zeit bis zur Ankunft scheinen sich die zwei nicht nur mit Zärtlichkeiten versüßt zu haben, die neuen Aufnahmen zeigen den 28-Jährigen und, die auf den Pix dasselbe Maxi-Kleid wie am Dienstag trägt, in einem Softice-Laden. Während die Turteltauben in der Schlange stehen, weicht seiner Traumfrau nicht von der Seite, umarmt sie und küsst sie liebevoll auf den Kopf. Ihr Romantik-Highlight erlebten die beiden allerdings in den frühen Morgenstunden. und kuschelten auf dem Empire State Building in den Sonnenaufgang. Auf ihrem Instagram-Akku und teilte die vierfache Mutter zwei Fotos und schrieb dazu, nur du und ich.